hallo bist du live ich ja also ich habe auf den knopf gedrückt ich auch deswegen deswegen frage ich ja bist bist du live ja hallo aus dem kranken zimmer von die zwei die angeschlagen sind die die zwei angeschlagenen ja ja hallo ich hoffe es geht dem rest soweit gut ich hab dich schon wieder eingeladen na klar wenn ich eins kann das ist dich ordentlich richtig einladen hab ich gelernt ich verstehe nicht was du so leise bist warum bin ich so leise bin ich wirklich so leise ich schlage ja wahrscheinlich der boost wieder nicht dran der fox boost habe vollen ausschlag also beim pegel ist ja auch nicht so schlimm ich muss ja auch nicht zu hören dass die die heutige show die wir euch hier präsentieren wird natürlich geprägt sein durch husten und heiserkeit schleimen ja ausdünstung möglicherweise also ihr müsst also ich denke mal das wird aber nicht visuell sein ja aber nicht visuell also zumindest bei mir nicht also ich ich lege bewusst heute nicht wert auf optische erscheinung meinerseits wie die letzten zwei armen aus gründen für die die es noch nicht wissen ich bin positiv zum glück habe ich den grippalen infekt teil erwischt aber trotzdem man sieht ja trotzdem nicht so wie geleckt aus wenn man krank ist macht man sowas nicht ich glaube meine kopfhörer sind kaputt ach so dann hörst du mich nicht ist das spiel auch leise wahrscheinlich ja jetzt spiel ist nicht du gleich spiel ist okay dann ist ja okay ach egal 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 was seine wendler hier ja ich habe dich eingeladen ist mir nicht aufgefallen okay ich lade dich noch mal ein ja oder soll ich es lassen ne war ein spaß war quasi ich habe eine einladung gekriegt okay hast sie schon akzeptiert oder ja okay bei steam gibt mir nicht so ein feedback ah jetzt gibt mir stein feedback spieler ist breit getreten deswegen habe ich dir ja feedback gegeben ah das ist gut weißt du feedback ist nämlich wichtig denn ohne feedback dem anderen gegenüber ist es schwierig sich zu abzustimmen und so ja habe ich gelernt warum bist du so leise ich bin ganz normal laut also richtig laut bin ich ich sehe es ja in meinem pegel im obs ach dein pegel du hast vielleicht ein alkoholpegel nee den habe ich leider nicht obwohl wir also wir uns hier eigentlich abgestimmt hatten dass wir heute abend noch mal etwas zur desinfektion zu uns nehmen aber das ist irgendwie aufgrund müdigkeit der besseren hälfte in vergessenheit geraten ja gut ja er lebt wieder langsam wow ja also manchmal ist die platte einer langen leitung ich sehe keine texturen ist einfach gar nichts doch ich sehe eine bodentextur super aber das kommt ja wie lange muss ich jetzt warten bis es kommt müsste gleich da sein drei zwei eins und ist da ne Mist hatte draufhauen auf dem rechner nicht schade ansonsten müsstest du deine vm durch starten so ist das manchmal irgendwie hängt dann manchmal die platte sonst wo im nirvana oh die charaktere laden ah ok 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 jetzt dann ist er ja gleich fertig ja aber ist natürlich jetzt beschissen naja gut so kann ich spielen du ja so kann ich spielen ja jetzt musst du doch mal durch starten ach so den rechner weil sonst kannst du ja so nicht spüren jetzt sind hier ein paar steine reingeploppt ich weiß ja nicht wann wann sehe ich denn das ist vollständig geladen ach das ist ja Banane starte einfach die vm runter und starte nochmal neu ja aber dann müssen wir ja die ganzen kram hier wieder nochmal neu machen wieso nein ich bin doch im spiel geht einfach raus ja du wirst gerade angegriffen ich lade nochmal neu ne ja ich starte mal die vm neu ich lade nochmal neu alles gut alles gut es geht hier gleich los das sind die tücken der technik kennt man ja jetzt hat der schicke sich gleich selber mit neu gestartet ach da ist er noch ok ich warte darauf dass der quasi beendet quasi er hat beendet das ist gut ja läuft heute würde ich sagen ja warum soll es dem rechner anders gehen als uns nicht ja da sind wir dabei und sonst so außer krank hast du karneval gefeiert ganz im ernst waren wir beim beim hiesigen also es gibt ja hier ein karnevalsverein oder zwei sogar in der stadt den kch und den ksc oder den kch oder wie auch immer und die haben sich diesmal zusammengetan und als abschluss der ganzen show es sind die beiden dann mit ihren wagen dingensbums ne die sind ja durch die stadt getourt und sind komplett durch die stadt bis raus zu dem center bei uns in der ecke ich glaube du erinnerst dich noch weil die hatten auch noch 30 jähriges jubiläum und haben dort eine abschlussveranstaltung gemacht in verbindung dessen und da waren wir natürlich auch gerade k1 k2 meine wenigkeit das war kurz bevor ich dann krank wurde am samstag wahrscheinlich wahrscheinlich war ich so hin und weg von der veranstaltung dass ich sofort krank wurde ansonsten karneval nein das ist schön zuzusehen aber diese 13 jahreszeit oder was ist da ist die fünfte und das dreizehnte monat ist jetzt nicht so zwingend mein event also von weil die reden sind ja alle so immer ähnlich und und diese diese etwas doch aufgesetzt übertriebene freude und party laune die ist doch manchmal sehr sehr arg aufgesetzt finde ich jedenfalls also das könnte man anders machen denke ich mir ja 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 und selbst und was von dem jetzt karneval du bist da da so so in der karnevalhochburg ecke eigentlich naja geht ne köln ist ja ein bisschen weit weg düsseldorf ja aber ja ist doch aber so naja also mich spricht das nicht an nicht alkoholisierte menschen und so ne ich ne dann dann lieber selber oder was nö einfach gar nicht gar nicht menschen ja auch ah ok warum bist du so leise da weiß ich doch ich rede hier ganz normal laut also meine sehr verehrten damen und herren meine kopfhörer sind am arsch anscheinend weil hörst du im spiel nichts ja doch aber die sind ja wirklich kaputt achso ja dann bin ich doch gar nicht zu leise sondern deine kopfhörer einfach nur zu kaputt ja also kann es vielleicht sein dass kann es vielleicht sein dass die ganzen jahre also die 75 die wir uns jetzt schon kennen und zusammen spielen dass die ganzen jahre eigentlich schon deine kopfhörer kaputt waren und ich nie viel zu leise hä betreten schwein würdest du mir damit jetzt irgendwas sagen zum beispiel dass ich dir nicht zuhöre oder nö das habe ich nicht gesagt apropos nicht zuhören hast du eigentlich recherchiert was wir jetzt hier machen müssen ja na wir wollten jetzt eine mission machen wenn du fertig bist ne wir wollten hier diese ne da kommen wir nicht weiter also da brauchen wir ja nicht probieren da kommen wir ja nicht durch da durch diese aber du wolltest doch googeln oder nicht nee wollte ich nicht du hast doch gesagt stefan nee beim nächsten mal machen wir die nee dann machen wir die die questen wir haben hier unten zwei questen eine zum beispiel finde die vermissten stiefel nee doch warum hast du mich jetzt eigentlich noch nicht eingeladen weil du nicht gesagt hast hey guck mal ich bin eigentlich schon wieder fertig mit laden und so so ich habe dich eingeladen zufrieden ach ja ja da spieler ist breit getreten und lädt er jetzt besser ja ne geil woher ich bin doch noch gar nicht im spiel aber du bist doch schon breit getreten ach hat er gesagt ich bin heute ich bin heute heute nicht ganz so okay zu scherzen aufgelegt warum denn nicht hat doch nichts gemacht ja vielleicht ist das ja auch der grund achso weil ich nichts gemacht habe zu sagen ich google das und dann am ende hab ich doch gar nicht ich hole dir gleich das alte video raus maximal habe ich vielleicht gesagt man könnte ja mal gucken ja das ist doch scheiße könnte immer noch nicht immer noch nicht jetzt habe ich hier sogar bunte Farben wow bunte Farben guck mal ich sehe es leider nicht ich glaube so soll das nicht aussehen ähm wo ist er denn da whatsapp da da soll das so aussehen aber es sieht doch fast fertig geladen aus das kriegen wir hin lass uns mal hier um die ecke gehen und dann ähm wird sich das bestimmt ändern vielleicht sieht es ja auch bei mir so aus ich sehe das bloß nicht weil ich nicht so tief gucke ja gut dann äh laufen wir mal los quasi ja ja quasi also ich hätte gesagt ähm wir suchen die Stiefel und dazu müssen wir nach Norden wir könnten kurz abkürzen in äh was ist das hier vollendet nimm etwas Rinde vom Sussurbaum vollende die meisterliche Waffe haben wir auch noch ähm ich hätte aber gesagt wir gehen zum Unterreich da können wir nämlich besser teleporten ich kann äh in den Boden gucken cool wo gehen wir hin zum Unterreich warum hast du da so eine Linie ist ja cool ich höre mich doppelt bei dir hier wieso das denn habe ich schon wieder Ton an ich habe zweimal Unterreich einmal Strand und einmal Sussurbaum äh ich habe Sussurbaum da waren wir nämlich schon mal falls du dich da mal genast warum hast du da so eine weiße Linie bei dir was ist das ich muss mal einmal ähm äh bevor wir jetzt hier weitermachen ich muss mal einmal Maja nach oben holen kleiner Unglück hol mal Maja nach oben hmmm 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 so na dann gucken wir mal so wir stehen hier wo ist der Schicki der ist da unten okay Was ist los, Püppi? Komm nach oben. Will ich dich nach oben bringen? Nee. Komm. Nimm den Herrn Nielfährt mit. Okay. Na ja, los. Bärchenhund. Bärchenhund. Das soll ich alles mitnehmen? Das schafft der Papa noch niemals. Abend, DJ Mike. Komm her. Ma, ja, alle lieben. Welche Ditte denn? Die? Dein Kissen auch? Dein Kissen auch? Das da. Ach, kleine Kinder. Damals. Auwa. Auwa. Aus Auerklein. Aus Auerklein. Ich hab ein, 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 ein Beule gleich. Ja. Ja. Das lustige ist, der Micha. Ja. Ich hab nicht. Sag mal, hallo, Micha. Hallo. Hallo, Micha. Hallo, Maya. Ach, die fände dich einmal ab. Ach, ist ja putzig. Ach, die Maya. Bist du auf Sendung? Ja. Alle auf Sendung. Ja. Ach ja. Ach ja. Gib mir einen Kuss. Oh, 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 wow. Gute Nacht. Ich kann nicht. Ach ja. Ach so schön ist es. Das Elternleben. Warten wir noch, bis der Schiki wieder da ist. Schiki ist wieder da. Der Schiki ist wieder da. Ja. Maya hat dir hallo gesagt. Ich hab, ich hab's gehört, ja. Ich hab's gehört. Und bin, und bin weggeschmolzen. Kannste, kannst du sagen, Maya ist schuld, dass ich zu ne Pfütze bin. Okay. Ja, also sieht gut aus. Ja. Gut. Außer meine Frisur, die sieht nicht so gut aus. Ja, das liegt ja aber an unserem gesundheitlichen Zustand. Ich bin hier oben den Baum hochgelaufen. Warum bist du eigentlich so leise, sag mal. Das liegt immer noch an deinem Headset. So. Ich bin hier, hier oben ist ein Stück Rinde. Das müssen wir holen. Ich greif mal zu. Och, ich seh gar nicht, wo du hingelatscht bist. Den Baum hochgelaufen. Hier. Hä? Hier. Ah. Und hier ist ein Stück Rinde. Rinde? Und das fasse ich jetzt mal an. Angefasst. Hab ich in der Tasche. So. Okay, das war's schon. Oh, wir müssen zum Ofen zum Ofen. Deswegen sind wir jetzt hier hin. Ja, das ist eine von vielen Questen. Nicht nur die einen. Questen, ja. Kennst du? Mehr Zahlen. Wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, hier hin. Wo? Welche Quest? Ach, der. Die Quest, die wir jetzt machen, und in der Hoffnung, dass wir das finden, nennt sich Finde die vermissten Stiefel. Kannst du auch mal warten? Ja, ich warte ja hier. Da, wo ich hingeklickt habe. So. Das ist ja hier. Ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Warte mal. Aber es kann auch sein, dass wir hier unten rumlaufen müssen. Ja, ich glaube schon. Hier lang. Heruntergekommenes Dorf. Naja. Wie man sich halt fühlt, ne? Herunter und heruntergekommen. Ja, herunter und kommend. Hm, wir müssen was zu essen. Okay. Ich habe das Gefühl, hier waren wir noch nicht. Noch waren wir schon. Haben wir aber nicht alles gelootet. Vor allem sind wir nicht hier links lang gegangen. Ja, und da müssen wir hin. Ach, das ist der... Ups, äh, Speicher gerade. Das ist, ähm, hier, wo der Big Boss war. Hier oben ist der Gift... Ne, ist er auch nicht. Oh. Ist hier vielleicht ein Händler? Sporendiener. Oh, hier ist ein Teleporter. Hier ist ein Händler-Schi hier. Blok. Oh ja. Schnell. Du, du hast noch ein paar mehr... Du musst zuerst, glaube ich... Ja, ja. Warte mal, ich rede mit Blok gerade. Ich habe ja beim letzten Mal alles verkauft. Ich bin ein Händler-Schi hier. Du bist ein Händler-Schi hier. Aber wir schauen uns die Kostümmen der Lokal. Die Scholar's brow tenses. His voice spills into your skull. The spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Ähm, ich hab noch nie von der Gesellschaft der Brilliance gehört. Also haben wir ihn gehört. Ich reagier mal drauf, wa? Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. It's curious to find a surface-dweller here. What has brought you down so deep? Ja, die Quest da. Ähm. Ein Gedankenschiller hat mich mit deiner Larve infiziert. Täuschen, ich habe Pilze gesammelt, die ich oben verkaufen möchte. Was wollen wir machen? Was für Pilze? Was? Ein Gedankenschiller hat mich mit deiner Larve infiziert. Er scheint ja auch infiziert zu sein. Ja, aber müssen wir das jetzt so raushängen lassen? Deswegen, ja. Täuschen, ich habe Pilze gesammelt. Ja, mach mal. Zehn. Ich packe mal noch einen Bonus rauf. Ja. Oh. Bam. Bam. 23 reich, ne? Okay. Ich habe noch nie einen Hopkoblin wie euch getroffen. Das Gefühl ist mutuell, Freund. Ich habe nur die Familiarität mit den Surface-Rachen. Aber ich habe gefunden, dass es so viel zu lernen von einem Individuen gibt, als es von einer Gemeinde gibt. So ist es mit den Mykonets. Sie leben in harmonischer Unität. Aber jeder hat eine unige Persönlichkeit. Forschungsarbeiten im Unterreich scheinen ziemlich gefährlich zu sein. Ja, aber es hat abundant naturale Ressourcen, Spores, Water-Walds, Trilliman. Ich habe sie seit Jahren studiert. Äh, was haben eure Untersuchungen ergeben? This is not a wasteland. It is a glorious ecosystem. Every civilization here could thrive without conflict. Okay, habt ihr was Interessantes zum Handeln? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Also er hat Geld, hat er auf alle Fälle. 1400. Und er hat ein paar Schuhe. Äh... Aber nee, da behalte ich lieber meine. Äh, erstmal... Schuhe, mein Schatz. Danke, DJ Mike. So, äh... Was haben wir hier? Schnell weg mit dem Dreck. Kann ich alles nicht gebrauchen. Den Kacke-Kratzer, den behalte ich. Der klingt gut. Den Nacken-Kratzer. Warm, Shiki. Du auch hier? Ja, ich... Schon länger, aber ich wollte nur nochmal Hallo sagen. Ja, hallo. Und, wie geht's dir so? Ach, frag mich. Nee. Erzähl mal. Nee. Erzähl mal. Nee, warum? Nee, nein. Was ist denn los? Bist du krank oder so? Nix, ich bin krank. Ja? Ach... Jetzt handel da los. Ich bin doch schon bei. Mal ganz langsam. Kann doch nicht mal klauen hier in dem Laden, weil... Ich ärgere auch. So. Wieso kannst du nicht klauen? Hier gibt's Holzrinde? Ja. Das ist alles verboten zu klauen. Hier gibt es, äh, äh... Dinge, die du kaufen könntest, theoretisch. Dinge? Ja, Dinge. Oh, ich hab zwei Schaufeln. Brauchst du eine Schaufel? Nope. So. Verfaulte Karotte brauchen wir nicht, ne? Also nicht heute jedenfalls. Okay. So, was hat er denn noch hübsches? Lebensspender. Hm... Alles nicht so schicky hier. Uh, schickiger Nicky. Der sieht gut aus. Den nehm ich schon mal mit. Was haben wir da? Hier ist ein, ähm... Diadem für dich kannst du kaufen. Kosten nur 163. Physischer Funke. Äh... Verschieße einen zusätzlichen Wurf-Pfeil, wann immer du magisches Geschoss wirkst. Hast du magisches Geschoss? Als, äh, als Zauber? Und Stäbe gibts hier auch noch. Ich hab ein Feuer-Pfeil, ein Stra ... Ja, hab' ich magisches Geschoss. Ja, dann hättest du hier äh, äh, äh... Zusätzlich kommt dann, äh... äh, äh... ein Wurf-Pfeil raus. Wenn du das wirkst. Ist doch cool. Okay, ähm... Ich braue jetzt noch ein wenig Geld, ne? Was war das hier? Angebot Ausgleichen? Okay. Du darfst. Du darfst. So. Kann ich jetzt mit Luke reden, oder was? Ja, ich hab jetzt freigegeben. So, ich bin mal gespannt, was du sagst. Erstmal muss ich meinen ganzen Scheiß verkaufen hier. Den ganzen Scheiß. Ich hab ja wirklich sehr viel Müll. Aber den hab ich auch extra. Extra gesammelt, damit du den dann auch abgeben kannst. Extra gekauft, damit ich jetzt einen quasi auf den Kakao kann. Ah, okay. Ah, mit dem müssen wir nachher reden hier. Erstmal kaufe ich fünf Heiltränke. Ach ja, siehste, hab ich vergessen. Aber ich hab ja fünf Heiltränke. Schriftrolle wiederbeleben. Würde mich auch einmal snacken. So. So, dann gucken wir mal. Die ganzen Zauberkacke interessiert mich nicht. Das finde ich den einzigen Nachteil, wenn man im Koop spielt, dass man wirklich nicht gleichzeitig beim Händler sein kann. Ja. Kann auch übertreiben. So, Diadem des Versengens ist jetzt, ähm... Oh, interessiert mich nicht. Ist jetzt deins. Ruhe. Könnte man kaufen. Muss man aber nicht. Auch nicht. Ja, man könnte jetzt dieses Umhänge-Dingens da... Umhänge-Dingens, okay. Könnte man kaufen. Psychischer Funke. Ähm... Dann verkaufe ich, glaube ich, meinen Talisman, würde ich sagen. Und nimmst du einen anderen Talisman? Den verticken. Nee, ich will nicht wechseln. Und dann verkaufen wir... Wo ist der denn jetzt? Dann gucken wir, dann verkaufen wir den mal. Und dann kaufe ich mal den psychischen Funken. So. Hat der denn noch? Einen sylvanischen Stein? Nee. Mist. Kann ich noch verkaufen. Feuerpfeile? Nee. Wie so eine Shisha. Shisha? Shisha, Shisha. Bronze-Barren. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Ist aber bestimmt schwer. Hupsala. Ich hätte hier noch viermal Malachit. Den verkaufe ich mal. Komm weg damit. Mach das. Und dann verkaufen wir den Bronze-Barren. Verkaufen wir auch mal. Zack. So ein komischer Hammer. If I had a hammer. Auch weg. Federn. Weg. Ich verkaufe jetzt rigoros hier. Schleimbombe. Dabei ist es doch gar nicht mal so schwer, die Feder. Rumpen. Infernales Eisen. Interessiert mich auch nicht. Okay. Warte mal. Ja, wer weiß wieder. Ich brauche mir das dann später für irgendeine magische Formel. Eine geheime magische Formel. Ja, dann das Eisen behalten wir mal. Da hast du recht. Weißt du, dann schießt du da vor. Ach, hätte ich jetzt das infernale Eisen noch. Hätten wir jetzt mal das infernale Eisen noch. Genau. Und dann musst du erst mal wieder zu dem Händler hier zurück in der Hoffnung, dass er das noch in seinem Inventar hat. Und dir dann wieder zurückverkauft. Für den dreifachen Preis. So, Angebot ausgleichen. Tauschen. So, jetzt hole ich mal hier meine andere Ötte ran. Ach, die muss jetzt auch nochmal ran, ja? Oder was? Ja, lass mir ran da, wenn sie will. Ja. So. Ich bin nur mit einer rangegangen. Ah, ja. Ah, ja. Aber die hat ja zum Glück kaum irgendwelchen Müll. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. So, was kann ich denn für die hier kaufen? Erstmal ein paar geilere Stiefel, würde ich sagen. Wir kaufen uns mal die hier. Dann können wir die hier wegsnacken. Dann können wir die hier wegsnacken. So. Tschüss, Sikowski. Sikowski. Und. Ne, das war's. Mehr möchte ich jetzt, glaube ich, nicht. Okay. So. Bist du bereit, mein Junge? Tau schnackt. Tja. Never mind. Ja, blablabla. Komm. Laber mich nicht zu. Ich will jetzt hier anziehen, die Klamäts. Mach das endlich. Ich weiß gar nicht, was habe ich hier jetzt alles gekauft? Nee, du hast gerade Stuff gekauft. Und nicht gerade wenig. So. Bonus. Ach. Ich will euch doch noch andere Stiefel kaufen können. Und die hier kriegt das da. Die hier kriegt das da. Ein bisschen, ein bisschen unordentliches Inventar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm. Ist so. Fakt. Mhm. Ein bisschen, so. Ähm. Was habe ich noch gekauft? Weißt du das noch? Na, du hast ja ein Diadem hast du. Und dann hast du doch Schuhe. Handschuhe. Nee, Handschuhe habe ich nicht gekauft. Achso. Na, dann hast du nichts mehr gekauft. Juti. Bist du soweit, ja? Ja, willst du nochmal mit deinen anderen ran? Nee, nee. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Alles gut. So. Hier oben ist, äh, der, der Chef der, der ganzen Geschichte. Und Tulla. Wer auch immer Tulla ist, aber Tulla liegt hier und mit der können wir reden. Die hört scheinbar nicht hierher, die Tulla. Ja, wahrscheinlich eine Kurzform von Tulla, ich weiß nicht. Na? Ja. So. Wolltest du dir was sagen? Nee, ich warte hier deswegen. Auf mich? Ja, auf dich, ja. Achso. Das mache ich öfter. Das mache ich öfter. Ja. Äh. Ich rede mal mit Tulla hier. Oh. Das ist privat. Oh, jetzt. Poison. Derived from a wild weed common to the under dark. She'll need an antidote soon. Most likely held by the poisoner. Ich gebe ihr ein Gegengift, oder? Ja. Ach, das ist die mit den Stiefeln, siehste? Ihr ein Gegengift geben. Die trinkt das einfach so. Ist ja auch wichtig, dass man ein Gegengift trinkt, oder? Na, guck mal, wie ich mich freue. Weil ich die Stiefel habe. Können wir sie mitnehmen? Nee, das ist die, die die Stiefel hat. Verwundete Kreaturen ziehen hungere Kreaturen an, das wollen wir hier nicht. Genau. Kurz und knapp. Brutal. Ehrlich. So wie man dich kennt. Genau. Ah, 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 ah. Es tut mir leid. Goldsgarters? Oh, ich habe nicht Zeit für das. Mein Kind braucht mich. Warum hat sie gerade eigentlich Schmerzen gehabt? Warum liegt nicht eigentlich Stroh rum? Ja, was kann ich tun? Sieht, du bist der Hilfe-Kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Iron Hand plan. Best Artifice is in Baldur's Gate. We were on an Expedition down here, when the Dwegar snatched us up. Ah, das ist der Böse. Weißt du, was noch böse ist? Was denn? Böse Menschen. Oh, das ist schlecht. Ey, du, wollen wir... Wir sollten sie ja umbringen und die Stiefel zurückbringen. Wollen wir den Spieß umdrehen? Was wollen die Dürgar denn ausgegraben haben? Naja. Ich weiß nicht. Ich möchte sie, glaube ich, gar nicht killen. Nee, ist viel zu freundlich. Auf was für eine Expedition war er klein da? Ich hab vergessen, wer hat denn uns nochmal den Auftrag gegeben? Das war so ein Typ an so einem Unterstand-Dings da. Ja, vielleicht ist er ja böse. Ähm, schon gut. Ich befreie eure Leute, wenn ich kann. Kriegen wir jetzt trotzdem die Stiefel? Ey, ja. Ja. Ich liebe ja den britischen Axon. Axon. Wobei das ist... Irgendwo anders ist, ne? Okay. Sie haben wir. Ich rede mal... Doch, mit ihm können wir auch reden. Souveränes Boa. Übrigens ist jetzt, äh, ähm, Persona 5 Tactics im Game Pass verfügbar. Mhm. Ab jetzt quasi. Können wir den töten? Ja, bestimmt. Du musst ne Pfanne machen. Ja, genau. Hau in ne Pfanne. Da ist er, gucke. Der hat uns beauftragt. Wut. Wut. Okay, wir helfen den Pilzen. Ja, du weißt ja schon, wie ich so Bock auf Pilzen helfen habe. Aber gut. So, warum haben die euch denn eingegriffen? Deep purple swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dweger. The Dweger seek a gnome. It is a guest. Oh. Ihr versteckt den Gnome auf der Flucht? Sehr lobenswert. Die haben wir ja gerade gerettet da. Okay, klar, ich kann diese Dweger erledigen. Du musst auch wieder, du musst, du musst natürlich jetzt diese Aufträge annehmen. Da willst du leveln oder nicht? Ja, gut, aber... Das wird ja bestimmt kein leichtes Unterfangen. Ah, der Ausgang. Oh, magisch und geistig reicht, Junge. Ah! Oh, ja. Und der verspricht uns doch sein halbes Königreich und die Hand seiner Tochter. Komm, los. Stiefel der Geschwindigkeit. Klassenaktion. Fersen zusammenklicken. Okay. Ja, naja. So. Also, auf geht's. Warte mal, dazu müssen wir wohin? Äh, suche das Nachtlied? Nee. Ach, da. Besiege Dürger. Wir können theoretisch zum Strand porten. Und sind dann gleich dort, äh, nachdem wir gespeichert haben, wo wir hin müssen. Ja. Wenn du jetzt hier nicht immer speichern würdest, danke. So, ich porte zum Strand, ja. Da müssen wir schleichen, denk dran. Wo denn? Schleichen. Ach, du weißt doch, dass das nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Das doch, wo müssen wir denn lang? Hier hoch. Schau auf die Minimap. Also hier, nee, da. Hier ist gar keiner. Hier mit dem Schiff fahren. Hier ist ja gar keiner. Hier sind ja alle tot. Ja. Ja, dann. Go, go, go. Ich hab'n Dialog. ... ... ... ... ... ... Was würfelt der da die ganze Zeit? Ja, wahrscheinlich, ob du schwimmen kannst. Also ich kann schwimmen. Ja, ich auch. Wann bist denn das letzte Mal geschwommen? Vor zwei Wochen. Arsch. Ja, was denn? Ist aber so. War ich mit den Kindern im Schwimmbad? Oh, es gibt einen Dingskampf hier. Hier so Azazinskriede? Ja. Blackflug. Warum lassen wir den eigentlich hier rauf? Nikasa, Esukasa. Los, wo ist Gag? Sag ihm, wo Gag ist. Ich fürchte, Gag ist tot. Ich schubst den. Komm, lass den schubsen. Ja, los, komm, komm. Aber du bist nicht athletisch genug. Ist aber egal. Hast du gespeichert? Ich habe vorhin gespeichert, ja. Ich klicke mal auf schubsen. Ah, easy. Und, hast du den schubsen? Kann ich noch mal? Kann ich noch mal? Kann ich noch mal? Kann ich noch mal? 15, oh Gott. Schaffst du nicht, wa? Machst du noch Minus 1 drauf. Ach, kritischer Erfolg, mein Freund. Oh, das ist gut. Guck. Boing. Hihihi. Ich glaube, jetzt gibt es einen Kampf. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh Gott, wir fahren auch noch währenddessen. Geil. Ist ja cool. Schön wegschnaggen. Was sind das für Viechers? Hörg, Stufe 5. Fehlschlag. Ein Lurk. Ich bin Lurker. Ja, der trifft natürlich. Ist klar, dass der trifft. Ist sowas von klar. Weißt du, hier Meisterschütze und der trifft. Kann ich da hinspringen? Kann ich jumpen? Ich könnte da hinspringen. Dann irgendwie ja. Aber ist wahrscheinlich schwierig. Dann kommen die alle auf mich zu, oder? Du bist der Tank. Aber ich kann ja eine Runde lang nicht angreifen. Komm, egal. Wir können ja neu laden. Na, immerhin. Aber immerhin. Der ist schon zur Hälfte down. Ähm. Krass. Wow. 18 Schaden. Mit einer Bombe. Ich glaube, jetzt hat es. Ich hoffe, überlebt bitte, Vogel. Lass bei Vogelnruhe. Papa. 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 Ich möchte schnitzeln. Lasst mich hier schnitzeln Wie insane nah kann ich denn da ranzoomen Was ist das denn für mein Gedankenmeister? Händek da unten rum Paw Patrol Aua Aua Helfer auf den Pfoten Ich hab ne klaffende Wunde Du bist dran Ja Ist mir egal Hier mit klaffenden Wundungen Du Halsschmerzen Ach komm ey Halsschmerzen hast du auch noch? Ja Ja dann ähm Ist aber kein Covid Ähm Ey ist doch nicht schmack Ey ich n- der ist nicht tot man So warte mal Den snaggern wir mal weg So und dann machen wir hier rücksichtslosen Angriff auf den da Und dann hauen wir nochmal mit nem Knauf drauf Komm 4 4 Ja los Ist egal Drei Er lebt noch Aber es benommen ist Nee Er hat einen Lebenspunkt noch Okay Ich nehm ihm aber alle seine Sachen weg Ha Loser Oh der hat sich geportet Kritischer Fehlschlag Tja Das war dein letzter Streich So mein Freund Ähm Okay Böses oben haben wir drauf Wer lebt denn der alte Holz Michels noch Ich muss mich unbedingt heilen Wo 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 Chillt doch mal bitte Kannst du den mal killen jetzt hier da Kiliman Scharo Suleiman Hab ich nicht ein AE hier Warte mal Was ein AE Ja Was für ein AE Sieht nicht so aus Da oben bei dir ist keiner weiter mehr Ne Der Benommene der hat ja keine Waffen mehr Alter Tja 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 So, haben wir ja fast alles, ne? Okay, dann mache ich jetzt... Ja. Ja, einer noch. Beziehungsweise zwei, aber der eine ist benommen. So, Shiggy. Was ist? Drei, zwei... Mist, der kommt nicht ran. Das mache ich so. Los, mach weiter. Ja doch. Achtung. Bist du bereit? Ja. Ja, war wohl nix, ne? Wieso? Der ist doch fast tot. Der hat aber noch einen Punkt. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Und zwar, indem ich mit der magischen Zauberformel mich heile. So. Top. Ja, ich kann nix anderes machen. Sorry. Na los. Ich hab das schon. Wer ist jetzt dran? Na, Jesse hat noch keinen Pause-Modus. Alle anderen sind im Pause-Modus. Ja. Strike. Haben wir sowohl besiegt, würde ich sagen. Jollu? Ja, haben sie gelootet? Ich hab ja noch einen Hammer gefunden. If I had a hammer. Ich find das cool gemacht, dass sich die Location hier bewegt drumherum. Ja, du, ganz ehrlich, ich hab in meinem Leben, hab ich noch nichts Tolleres erlebt, als das. Das ist ja super. Noch nie. Das ist ja super. Oh, und Coral Island ist jetzt auch neu im Game Pass. Okay. So, machen wir jetzt weiter, oder? Ich guck. Ja, ja. Los. Ich hab das Steuer in der Hand. Meinst du, wir werden nochmal unterbrochen? Dann haben wir aber ein Problem. Ja, möglich. Dann, dann, vielleicht sollten wir denjenigen nicht nochmal schubsen? Wieso denn? War doch okay. Ja, war okay. Hast recht. Man muss ja auch mal schubsen können. Ich schmeiß mir meine Decke rüber. Oh, ruckel, ruckel. Oh, bei mir auch. Woran liegt's? Am Shadow? Jo. Ähm... Ich bin eine wahre Seele. Ihr werdet mich respekterweise. Oh, das klingt aber... Das ist so. Ich... Du fühlst das kleinste Stirling in deinem Kopf. Der Dwergar ist nicht infectet, aber deine Gedanken ressoniert. Ich bin. Du bist einer von den Kult Freak. Felt die Tingle. In diesem Fall, wir sprechen über die Verkaufel. Dein Freund von der Kult Freak nie hat eine Verkaufel. Er ist knackt als eine Hornetschrug. Ein paar Knowns-Sleven haben ihn auch mit ihm. Lass die Barsche. Du absoluten Schrauber. Oh, es ist eine Klappe von Klin. Du willst es durch? Mach eine Donation. Was? Was? jetzt es sind doch bis zwei oder unten ich werde ihn so killen ihr versteht wohl nicht ich schlitze euch hier und jetzt auf so ok ich habe initiative ich bin mal gespannt 62% nachteil der hat 60 die sau die sau sagt er wir können nicht zaubern scheiße ich sehe es gerade das ist schlecht so es ist okay ja ne warum bin ich denn überladen ist aber nicht gut ok alter alter der zerfleischt der zerfleischt mich der zerfleischt mich ist tot ist der tot tatsache na klar ist tot kreaten umgebracht egal wer das war ok wichtig ist dass wir das problem lösen machst du weiter ja 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 auberstille warum auch immer oh ich ich kann nichts machen ich kann nicht mehr hä ich kann nicht mehr schießen wieso kann ich nicht mehr schießen achso jetzt ich hau mir aber erstmal ne dröhnung kurz rein ja warte mal ne gott warte sortieren komm nach typ hatte ich nicht einen großen heiltrank oder so ok oh wir können dürfen die nicht bestehlen lass hör auf wieso dürfen wir nicht bestehlen ja ist rot ja und hier sieht uns doch gar keiner gerade hör auf jetzt rot ist rot so wollen wir hier kurz ne rast machen weil wir sind nahe zu tot und ähm äh zum lager das war doch ganz schön heftig gerade i want to know what love is ist irgendwas neues los im lager ne ich find's auch cool dass das lager sich stets anhand der region verändert ja ähm weißt du was ich cool finde ne ein Eis das ist auch cool ja so ich geh schlafen ok jetzt werden wir angegriffen pass auf du bist immer so optimistisch ja let's have a look gut kommen wir zurück ok moment ok hier sieht's gut aus wo ist sie hier ich muss kurz an meine Truhe ran was da warte mal wo ist die hier oh fuck hier geh ich mal nicht weiter wieso sind Spinnen und so andere Dinge die dürfte aber nichts machen oder wo kommst du jetzt ja doch brauchst du hier noch eine Rüstung hier ich lass sie mal auf den Boden fallen bei mir liegt vor Astarion liegt die Rüstung auf dem Boden und für für Dings hab ich da auch noch was äh magisches äh zum Verschlingen dann kann er verwerten cool cool dann nicht ich dachte das ist dein Freund naja dann nicht gibst du jetzt nicht mit oder was unser Freund oder nicht gibst du es jetzt so mit oder was hä ich bin doch schon längst hier im Level da ach da muss ich es ja wieder mitnehmen ok ich komme und dann gebe ich es dir in die Hand ja ah ne ich packe es in der Truhe warte ich packe es in der Truhe hast recht aber dann vergessen wir es doch wieso nein vergess mal nicht alles was in der Truhe landet wird vergessen ja eben drum jetzt ist es in der Truhe so hast jetzt davon weil du so Flinkus Interruptus warst so warum habe ich es gibt dir gleich Flinkus Interruptus so wo bist du ich folge dich ja oh hier ist ein Teleporter das ist gut oh da sind Gegner da hinten Murmert der hat uns noch nicht keine Gegner ne das sind Freunde warum das denn ist auf jeden Fall ein Händler hier ok ich rede mal mit dem Händler ich gehe mal mit dem Händler ich gehe mal mit dem Händler Oh, wir brauchen unsere Hilfe. Der sieht doch auch nett aus. Ja, denke schon, ja. Oder Nachforschung. Ich glaube, da... Ich hab ein Plus auf alles. Ach so, nur dann... Ah! Easy. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. What do you think? Wir machen einfach alles. Ja. Ups. Oh, shit. Kannst du wiederholen? Herr im Himmel, yo. Warte mal. Gib dir noch einen Bonus dazu. Jetzt ist es aber bestimmt nicht nötig, ne? Yeah! Kannst du speichern hier? Ne, ne? Ne, noch nicht. Oder? Wann nochmal? Fünf? Doch, ja. So. Gespeichert. Ja! Ja, aber reicht. Tiny? Tiny? Tiny Tina's Wonderland. Falsches Spiel. Incredible. An entire history. Risen from dirt and debris. Picture it. An ancient city. Hewn from the stone by disciples of Shah. Later abandoned. Untold centuries later. A new tribe revives it. Bist du eigentlich noch am Husten, oder? Ähm. Immer zwischendurch, ja. Wirst du bloß nicht. Ja, weil du so leise bist bei mir. Ne, ich, ich stell immer stumm. Guck mal, was er zum Handeln hat. Da bin ich mal gespannt. Was hat er denn zum Handeln? Ich hab gekriegt infernalische Legierungen. Geil. Das klingt schon mal irgendwie fett, ja. Ja, er hat, ähm, Dinge, die mich nicht interessieren. Okay. Ich kauf mal die Lagervorräte. Tote beleben. Erschaffe einen untoten Diener aus einer Leiche. Komm, das nehmen wir auch mal mit. Boah, ist das riesig. Hm. Verkauf mal nochmal Stuff. Ist das alles begehbar? Ach du Scheiße. Warum kann ich jetzt nicht verkaufen? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er kein Geld mehr. Achso, ich hab's sofort verkauft, oder was? Oh Gott. Nun denn. Du darfst. Okay. So. Was können wir denn verkaufen? Hm. Wär schon groß hier, ne? Ja, ist riesig. Da, 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 da. Ähm. Achso. Ist auch direkt verkauft grad. Ach, ich hab mich grad gewundert, weil oben ein Button für Handeln und Tauschen ist. Ähm. Jetzt haben wir hier einen Stab. Ne, den brauchen wir nicht. Hm. Ne. Warte mal, das nehm ich noch mit. Oh, hier gibt's einen Trank des glorreichen Sprungs, falls du den mal wieder brauchst, ne? Na. Ja. Trink dir das dann, deine Sprungweite zu verdreifachen. Ich nehm mal mit, ja, für dich. Ja, tu das mal. Ja, ja, ja. Die Tudors. Gut, sieht okay aus. Noch irgendwas anderes zu verkloppen. Das, das, das. Das behalten wir mal. Ich hab hier noch einen Eierbrecher dabei. Das kann weg, der Knochen kann weg. Ein was? Ja. Okay. Okay, so. Dann wechseln wir zu ihr noch. Okay, da sieht's alles super aus. Da brauchen wir nicht weiter wechseln. Okay, gut. Durch. So, wollen wir aber lang. Was ist das hier, Dana? Sind die jetzt eigentlich hier lieb oder nicht? Nee, eigentlich nicht, ne? Boah, total. Siehst du doch. Hier kannst du mit so einem Ochsen hier sprechen. Ja, man kann's doch lassen. Ach, Firefox. Du bist auch immer so, so voller Positivity. Boah, hier. Die Rüstung musst du dir anziehen. Hier, von dem Typen, von dem Knochenskelett. Jetzt mal im Ernst. Zieh die mal an. Zieh die mal an. Hier ist eine magische sogar dabei. Zieh die mal an hier. Sag mal. Ich hab auch einen Tag. Die ist beschädigt. Die zieh ich schon mal nicht an. Die ist doch beschädigt. Das ist eine mittlere Rüstung. Die bringt mir nix. Die will ich nicht haben. Oh, oh. Dialog. Ähm. Ihre Mörder haben sie mit einer mächtigen Göttin angelegt. Nee, aber die Rüstung da drin ist doch... Ist die kaputt? Nee. Nee, aber was bringt mir das? Ich brauch keine mittlere Rüstung. Nee. Einmal anlegen, wie die aussieht. Verstehst du? Deswegen. Das wär doch... Ich nehm die auch mit. Pass auf. Ich zieh die mal an, ja? Ja, zieh sie mal an. Dann sieh zu, wie es aussieht. Pass auf. Ähm. Achtung. Okay. Guck dir das an. Ja, und jetzt? Ja, äh. Siehe. Siehe. Äh. Plötzlich. Hä? Ich sehe da gar nix. Ich hab doch eine fette Rüstung an jetzt, ja. Nein. Doch. Zieh die mal aus. Warte. Hier muss ich mal eine andere. Da ist meine andere. So. Jetzt hab ich die andere wieder an. Hä? Ich seh gar nix. Hä? So, pass auf. Schattenherz zieht jetzt eine andere Rüstung an. Ja? Nein, die hat noch gar keine... Die kann sie anziehen. Hä? Das ist gut. Hier, Achtung. Schattenherz. Ja, jetzt seh ich was. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hinten lang müssen. Aber hier liegen... Wir können ja einfach oben lang. Hier liegen lauter tote Leichen. Wir müssen ja hier oben lang. Nee, nicht da. Nicht da? Aber das ist doch auch oben. Nee, hier ist hin. Warum müssen wir da lang? Wir müssen doch eigentlich in die andere Richtung. Da sind doch die Questpunkte. Oh, oh. Oh, oh. Dialog. Ähm. What should we do? Was ist das für ein Typ? Ey, der kriegt dich auf Maul. Warum bist du denn so aggro heute? Du willst alle nur verkloppen. Hast du mal überlegt, was der dir gerade zu dir gesagt hat hier? Der sieht dich als Sklavin. Also. Willst du dich... Sollen wir uns wirklich mit denen anlegen? Ach, das sind doch bloß zwei. Ja. D-Greis. Ja, aber die Kühe sind auf unserer Seite. Stimmt. Haha. Hey, super plus. Tschöng und Abend. Ich wollte mal sagen, Dote Nummer 1. Das war ja auch zu einfach, ne? Die rote Kuh, jawoll. Ja, wir spielen das schon ein paar Stündchen sogar. Ne? Ja. Wie viele Stunden spielen wir da jetzt schon? Ich glaube, das ist Stream Nummer 9, im Schnitt 2-3 Stunden. Ja, kommt hin. Mach keinen AE. Wir wollen die rote Kuh nicht auf unserer Seite. Junge, ist okay. Okay. Ich sag ja nur an. Ich glaub, der ist Dote. Ich hoffe, die greift nicht uns an. meh, weh, 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 weh Weh, 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 weh. Ey, lass die arme Kuh in Ruhe. Weißt du, was ich nicht verstehe? Dass die Kuh uns angreift, oder was? Nee, Fremdsprachen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also nicht jeder, jedenfalls. Alter, lass mir den Vogel in Ruhe. Der hat doch einen Vogel, der Vogel. Alter, habe ich jetzt aus Versehen den Zug beendet? Wahrscheinlich. Toll. Ich bin so dumm, KL-U-K. Tatsache. Toll. Ey, ey, mein Vogel ist abgestürzt. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, mein Vogel ist abgestürzt, du. Oh, mein Freund. Das ist dein Ende. Fast. Meine Popofinger da weg. Maschallah. So. War doch jetzt noch nicht so kompliziert, oder? Wie meinst du jetzt kompliziert? Nee, war ja nicht kompliziert. Technisch gesehen kompliziert im Sinne von schwierig, oder? Ähm. Ja, zum Beispiel. Also hier oben geht es schon mal nicht nochmal weiter. Nee. Es sei denn, man springt. Nee, das tut kein Mensch. Okay. Da hinten ist eine Holztruhe verschlossen. Oh, oh, oh. Ich mach auf. Oh, geil-O-Matico. Hast du einen Knüppel gekriegt, oder was? Geil-O-Matico. Geil-O-Matico. Nee, ne. Tolle Armbrust. Aber keine magische. Ja, doch, 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 mein kleiner haariger Freund. Was denn für eine magische Armbrust? Ja, die kann, ähm... Waffenverzauberung plus eins. Was? Brust. So, wo? Wo soll die sein, deine Armbrust? In meiner Brust? Ja, wie? Hier bei Charitenarmbrust, bei Jesse. Ach so. So, was willst du da unten jetzt erreichen? Ja, ich laufe jetzt weiter. Ja, aber wo willst du denn hin? Da geht's nicht weiter. Klar. Ach so, ne, dann willst du doch bloß die Truhe haben da drüben. Hä, was für ein... Ach jo. Ja. Guckst du ja nicht nach, wo du langläufst? Da geht's nämlich sonst nicht weiter. Ja, hast du ein Fallenentschärfungswerkzeug? Ich nehme ich nicht. Ähm, warte. Habe ich einen Fall... Wie sieht denn das aus? Ja, habe ich. Ja, dann musst du deinen Allerwertesten mal hier hinbewegen. Kannst du das da einmal snaggen? Ich hoffe, das ist super. Keine Ahnung. Ich glaube, es hat geklappt. Was ist jetzt drin in dem Muff? Echte Blitzi-Funkelwand ist ein Schild. Habe ich hier plus zwei Rüstungsklasse für den Schildträger? Hm. Eine Blitzi-Funkelwand. Brauchst du ein Schild? Nee, ne? Nee. Ach, ich glaube, Dings hier nutzt ein Schild. Ähm. Meine Tante. Was muss ich denn machen? Ja. Hat aber auch schon zwei Rüstungsklasse. Ja, wo gehen wir denn jetzt hier verdammt nochmal lang? Oben lang oder was? Nee, im Süden. Wir müssen ja süden. Ja, das habe ich die ganze Zeit. Nee, du hast du... Ich habe gesagt, da sind nicht die Knubbel. Ich habe gesagt, da sind nicht die Knubbel. So, und dann bin ich woanders langgegangen, dann du so... Nee, 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 nee. Und ich habe gesagt, da sind nicht die Knubbel. Jetzt stehen wir hier und ist alles wieder so von wegen... Ja, nee, altere Seite. Mann. Mal das Gleiche hier. Ja, echt, der ist schlimm, ey. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Immer die Gleiche. Immer die Gleiche. Guck mal, da oben geht es dran. Ich bin doch gar nicht da. Ja, ich warte ja auch auf dich. Es gebe zwei Wege. Das weiß ich natürlich nicht. Wir gehen... Ich würde jetzt den nehmen, den du nicht nimmst. Oh, lass uns erst mal den Weg hier gehen. Komm mal bitte mit runter. Das ist aber hoch. Nee, runter. Nee, das ist hoch. Nee. Guck doch. Hier, das ist runter. Nee. Ja, es ist aber erst mal hoch. Aber es ist runter. Hintergrund ist der. Hier unten sind drei Truhen. Die Kiste hat Augen. Oh, scheiße. Die Kiste hat Zähne. Ja. Und, oh Mist, die Kiste hat auch Füße. Oh. Und es ist eine ekelige Zunge. Ähm, Dark Souls lässt grüßen, oder was? Ein Mimic. Ach, hör auf. Ja. Hast du ja feine Macht. Ist ja super. Top, das hat einfach nix gebracht. Doch, die hat doch Schaden genommen, zwölf. Zu wenig. Ja, weißt du, dann denke ich mir so, du... Schwierig. Was denn? Das sind da die Bling-Bling-Augen mit drei Truhen? Ja. Da bin ich fast tot. 20. Na ja, fast, ne? Schade. Kurt. Da hat sie dich aber geleckt, gerade die Truhe, oder? Gebt ihr gleich geleckt? Ja, da hat sie doch aber. Ja. So, jetzt zeig's dir. Aua. Gleich ist sie tot. Nicht ganz. Jetzt ist er erstmal benommen. Waffe gestohlen? Boah, der hat meine... Alter, der hat meine Waffe gezockt. Ich hoffe, die kommt wieder. Ich rette dich. Ansonsten Neuladen, ne? Oh, er heißt... Nein! Oh! Mist! Ja, jetzt kann ich gar nichts machen hier. Sie ist verflucht. Warte mal. Ey, meine Sachen sind weg. Da ist doch Schwert der Gerechtigkeit drin. Ach, war's das? Ja. Du hast in die falsche Truhe geguckt, deswegen. Okay. Hier oben ist... ...sind... ...Middelsänger, Handschuhe. Okay, okay, okay. Und ein Beil. Plus eins. Du. Wenn du brauchst. Ich brauch keinen Beil. Ne? Was ist das für eine Robe da? Welche Robe? Hast du nicht gesagt, eine Robe? Ne. Handschuhe. Wundersame Handschuhe. Mindelsänger-Wunder. Wenn du über badische Inspirationen verfügst, da hättest du eine weitere Anwendung. Nimm mal mit für deinen... ...deinen Geliebten. Zum Entzaubern, weißt du? Ja. Aber hat's dich doch gelohnt, oder nicht? Ja, zumindest für... ...for the Lulz. Ja, aber für die Erfahrung. For the Experience. So, eigentlich, äh, krank... Du bist krankgeschrieben, wahrscheinlich, ne? Ne. Ach, du bist ganz normal malochen mit deinem Covid, oder was? Ne, ich bin im Homeoffice. Ich hab, äh, der... ...der Personalabteilung geschrieben, dass ich, äh, Covid habe. Äh, ich würde, wenn es schlechter wird, äh, zum Arzt gehen, weil ich hab ja... ...ich bin nicht so zusammengebrochen, wie man das so erwartet hat. Und auch bessere Hälfte ist diesmal auch ganz anders unterwegs. Und, oh. Ich glaub, die haben uns gesehen hier gerade. Ups. Ja, ist ja nicht schlimm. Wie hat die das gesehen? So, weiter geht's jetzt hier. Oh, oh. Nee. Oh, oh. Oh, oh. Hä? Warum hast du das gemacht? Die meinte, mich gesehen zu haben, wie ich irgendwie einen Heiltrank vom Fußboden aufgenommen hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das... ...hätte funktionieren können. Verstehst du? Hm. Ja, nichtsdestotrotz, genau. Also, jedenfalls hab ich gesagt, ich, ähm, würde, äh, zum Dock gehen, wenn's schlimmer wird. Aktuell seh ich den Bedarf nicht, aber ich komme so nicht zur Arbeit. Ja. Und, ähm, das wurde akzeptiert, und... Oh, oh. Oh, Sympathiepunkte sind gesunken. Ich hatte kurz ne Tour aufgemacht, aber... Jetzt hör doch mal auf! Dieses Rumgezocke hier die ganze Zeit. Ich hab doch bloß geguckt, solange ich da nichts rausnehme. Du, 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 du klaust hier. Nein! Wir sind irre. So, jetzt ist hier Dialog. Glaub ich. Nee, mal speichern gerade. Jetzt ist Dialog. Jetzt ist Dialog. Okay, die müssen alle dran glauben hier. Sklaven, find ich nicht in Ordnung, sowas. Ey, die schwitzen sogar. Wollen wir die Stiefel geben? Nee. Obwohl, kriegen wir davon Erfahrungspunkte? Wenn wir das erstmal mal machen und die danach killen? Na, erstmal hier an. Hm. Poorly, obviously. Tunnel collapsed on a true soul. Absolute's going to eat my liver. Now move. I've got no time for... The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Das sagt sie. Das sagt sie. Oh, ähm. Hier ist ein Späauge, okay. Shiki richtet das schon. Hm. Und, hat's geklappt? Ja, guckst du nicht zu? Achso, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass es eine Sequenz ist. Okay. Okay. Schaffst du er. Ja. Ja, aber gerade so, ne? Ich schaff das, ich schaff das. Ja, guckst du nicht. Ja, guckst du nicht. Ja, können wir da jetzt boom, 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 boom machen? Ciao. Ich hab's grad benutzt. Ups. Ähm. Ach, das ist dasselbe jetzt, okay. Ah, ja. Ich hab die. Ähm, du musst, äh, wir müssen das Ding kaputt schießen. Okay, mittlere Zähigkeit. Also doch, äh, Dynamit. Hast du irgendwas von Dynamit gesagt? Keine Ahnung, ich hab kein Dynamit. Ne? Also ich hab hier einen Rauchpulversack, warte mal. Jetzt eine Knolle, leere Knolle. Du hast irgendwas gesagt, du hast Schwarzpulver. Oh, ich hab ein Schwarzstab heute. Das ist nix, ja? Oh. Ne? Mit einem Filter kann man danach suchen. Mhm. Okay. Äh. Hieb und Stich immun. Das heißt aber nicht, dass es, äh, warte mal. Moment. Äh, kein. Achtung. Ne. Achso, ist ja eine Hiebwaffe. Äh, Stich immun. Auch nicht, okay. Ups. Äh. Tja. Auch nicht. Das war jetzt Explosion. Ein Plan, Mann. Äh. Didn't you hear? Do I need to rip the extra flesh off your ears? Faster! You better hope your little tricks, it time the true soul! Auch nicht, okay. Können wir das Buch benutzen? Nee, kannst du... Du hast nichts im Inventar. Du kannst eigentlich suchen im Inventar. Nach Bombe oder... Ja, aber ich habe da jetzt alles durchgeguckt. Ach so, okay. Also laut dem Ding hier ist es nur immun gegen Hiebschaden. Ist aufgehoben. Und Stichresistenz. So, Säure, Nekrotisch, Feuer, Blitz, Kälte, physisch, Gift und Gleisend. Das heißt, äh... Was ist denn anders als Hieb? Hieb und Stich. Was gibt es noch für Waffen? Knüppel ist Hieb wahrscheinlich, ne? Ja. Das sind ja alle Waffen, dann. Gibt es ja echt nichts weiter? Hm. Ähm. Tja. I don't know. Hm. Also ich bin schon mal auf der Rückseite, wo wir eigentlich hinwollen. Aha. Vielleicht können wir es ja herstellen. Hm. Wenn du mir sagst, wie man es herstellt. Ne. Das ist ein Geheimnis. Ah, warte mal hier. Nur herstellbares Anzeigen. Granaten. 0 von 1. Na toll. Herstellbares Anzeigen. Herstellbares Anzeigen. Granaten. 0 von 1. Verstehe ich nicht. Oh. Oh. Netzgranate. Was macht die? Ich hab, äh, wenn du in dein Inventar gehst, I, ja? Ja. Hast du, äh, den dritten Reiter oben, Alchemie. Dann hab ich unten einen Button gehabt, alle Zutaten extrahieren. Das hab ich jetzt gedrückt. Keine Ahnung, warum. Und hab dann auf einmal, äh, jetzt, äh, herstellbare Sachen. Ich hab jetzt Elixie, zum Beispiel Resistenzfeuer und Tränke. Ich könnte jetzt auch Eintränke selber herstellen. Ähm. Und ich hab hier Granaten, eine Netzgranate. Ähm. Ich, ich stell mal eine her. So, jetzt hab ich eine hergestellt. Explodiert zu einem verschlungenen Chaos, dass Kreaturen darin einspinnt. Hört sich gut an. Ja, aber. Jetzt ist die Frage, warte mal. Ähm. Werfen. Ja. All right. Okay. Wow. Hätte klappen können. Ja. Aber ich kann jetzt die Tränke selber herstellen, Schicky. Aber wir kommen trotzdem nicht weiter. Nö. Aber. Hatte, hatte der Händler was? Nee, na. Vielleicht hat der Händler was. Wo ist denn der nochmal gewesen? Äh. Nee, das ist die falsche Richtung. Oh, wo war der Händler? Da war der Händler. Ich bin verwirrt. Hier ist ein anderer Händler. Oh, warte mal. Hier ist doch ein Händler, als Schick. Ältester Britz. Sie ist einfach. Er hat ihren Augen, ihren Augen. Auf, einfach. Alles. Enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeants are ticket in. Well, would you look at that Kerr. Someone's having a listen. A ship of one's through you. Your mind is a wash with ancient resentment. Um... Oh, bitte nicht. Ich will nicht zahlen. Ähm, ich hab euch zugehört, ich will Nier befreien, ihr habt einen Anhaltspunkt. Och komm. Drop it like a card, drop it like a card. Ähm... Gut, sagt was ihr wollt, wahre Seele, bevor ihr Gestank mich umbringt. Gestank? Lächerlich, ich bin nicht mehr eine wahre Seele als ihr. Ja. Äh, gut, ich bin... Ne, täuschen, ihr bildet euch was ein, ich würde mich nie vor den absoluten verneigen. Täuschen, ich war eine wahre Seele, der Kult hat mich betonen, nur wenn ich Rache. Gedanken wahrnehmen. Ich mach mal Gedanken wahrnehmen. Ja, erstmal, genau. Minus 1 auf Intelligenz, ich mach mal einen Bonus dazu. Ja, du bist halt kein Intelligenzbolzen. Ne, bin nicht. Mensch. Okay. Ah, ah, eins. Äh, das bin ich nicht, was da so riecht, ihr müsst noch Nils Geruch in der Nase haben. hm, hm... Gute Idee, Kommandant der Trim sollte davon erfahren. Ich will die Hälfte. Ja, versuchen, oder? Wollen wir die Hälfte? Ja. Mist. Oh. Oh, Glück. Okay. 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 Ähm, ich hatte nachher einen Anhaltspunkt gefragt, ihr habt nicht geantwortet. Äh, ich hab Sprengpulver beschafft? Okay. Aber wo ist das Pulver? Quest-Item wahrscheinlich. Werft es neben die Trümmer und zündet es mit einem Feuerpfeil an. Aha. Hä? Hä? So, warte mal. Da ist dieses Auge. Müssen wir nochmal ins Inventar gucken. Also, wir brauchen Schwarzpulver, das wir daneben schmeißen. So, einfach hindroppen. Das sind ja Schwarzpulver, verdammt nochmal. Hä? Ich sollte das Auge... Äh, ich lad nochmal. Ich hab vorher gespeichert. Ich sollte... Wir sollten doch das Auge kaputt machen. Oder nicht? Hä? Gute Nacht, Crywolf. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, gesünder als wir. Nee, jetzt mal im Ernst. Ähm, der hat doch gesagt, wir sollen das Auge, was rumfliegt. Äh, ähm, äh. Ja, aber soll ja keiner mitkriegen. Hä? Naja, okay. Der hat doch gesagt, jetzt soll keiner mitkriegen, oder nicht? Ja, ich bin jetzt gefühlt schon seit 80 Jahren krank. Äh, wo ist das Schwarzpulver? Jetzt müssen wir Schwarzpulver suchen. Aber wenn er sagt, wir haben das schon... Also hier ist Schwarzstab. Ich suche jetzt gerade komplett alles durch. Rauchpulverbombe? Kann's ja auch nicht sein. Hä? Wait. Ist das die Walkzahnasche? Nee, ne? Nee. Ja, die Grafik-Qualität ist wirklich sehr gut. Ja, pff. Keine Ahnung. Achso, warte mal. Haben wir nicht einen Quest-Beutel? Ich weiß gar nicht, ob der durchsucht wird. Ich hab mal Chemie-Beutel. Warte mal. Ja, da hab ich auch immer reingeguckt. Hast du da nicht reingeguckt? Ich hab ja gesucht, global. Äh. Da ist nix drin. Da ist nix drin. Tschööööööööö. Crywolf. Ähm. Ich guck mal gerade durch. Pilzasche. Dankeschön. Gute Besserung vom Crywolf. Danke, danke. Ne. Also, ich hab nichts in der Tasche. Ich guck mal bei ihr. Das muss Futter. Und hier ist ein Haken. Auch nicht. Also, ich hab sowas nicht, was die denken. Aber wir haben ja explizit gesagt, wir haben... Ich klicke es doch mal an. Ne, okay. So. Warte mal. Ne. Keine Ahnung. Ja, und sonst so. Das war Let's Play. Ja, keine Ahnung. Schon seeeer kurios. Oh, das Auge ist bei mir. Warte mal. Kriegt das hier hinten einer mit, wenn ich das jetzt eins überbrate? Wir speichern vorher. Ja, ja. Ich speicher gerade. Das Auge ist immer wieder da, hier. Warte mal. Kommt das Auge wieder zurück? Ist noch nicht tot, das Auge. Achtung. Gut, aber das ist das eine. Jetzt brauchen wir nur noch das mit dem... Aber dass das nirgendswo hier ist. Ich meine, warum sollte der Dialog sagen, dass wir schon Schwarzpulver gefunden haben, weißt du? Ich rede mal noch mal mit dem Ältesten hier. Hast du mit dem Händler gesprochen? Ich habe das Auge verkloppt. Gut, jetzt holen wir Nähe raus und machen ihn fertig. Und wie soll ich das anstellen? Ich habe gerade Dialog. Ach, mit Rauchpulver abgehauen. Habe ich doch Rauchpulver. Wollen die wirklich, dass Rauch... Ach, wisst du, was das sein wird? Moment mal. Oh, bitte. Nee, pass auf. Ich speicher. Moment. So. Achtung. So, pass auf. Werfen. Ich hoffe. Ach, das... Guck mal, du hast es doch. Ja, aber das war Rauchpulver. Ja, mein Gott. Hättest du doch wissen müssen. Jetzt musste mal Feuer raufwirken. Wollen wir mal, ich lade mal noch mal. Scheiße. Wir sollten vielleicht nicht so dicht dran stehen. Aber okay, dann haben wir es. Hat auch nichts gebracht. Doch, die hatte nur noch 17 Lebenspunkte. 12. Ach, also hat es doch was gebracht. Ja, aber muss ja kaputt gehen. Ja, die lag zu weit vorne. Ich wollte die oben hinwerfen, weil ich vermeiden wollte, dass die Sklaven was abbekommen. Verstehst du? Dann ist es aber runtergefallen und sie sind weggerannt. Also können wir das nächste Mal richtig werfen. Ich habe außerdem noch eine Rauchbombe. Man kann ja nicht ahnen, dass Rauchbombe die Schwarzpulverbombe ist. So, Rauchbombe, ja. Werfen. Achtung. Ähm, ich lade mal noch mal. Wir müssen es wirklich mit dem Rauchbombe machen, weil es explodiert sonst. Sofort. Naja, passiert. Die Mechaniken des Spiels sind halt unergründlich. Naja. Naja, was? Was wird? Wird. Wird, ja. So, jetzt also noch mal. Ich gehe jetzt erstmal weg. Oh. Dann nehmen wir das Rauchpulver. Werfen. Dann werfe ich es jetzt da hin. So. So, warte. Nicht hingehen. Ist der idiotisch? Oder was? Ich hoffe, der kriegt nichts ab. Juhu. Endlich. So, jetzt machen wir sie gleich alle platt. Oh Gott. Die Armen. Nein. In die Lava? Nee. Halt, es sterben keine Unschuldigen mehr hier. Ja, ja. Okay, ich gemacht. Kalach ist einverstanden. Okay, cool. Was noch mal? Es sterben keine Unschuldigen mehr. Hä, jetzt das andere? Hä? Ja, wir wollen sie doch nicht sterben sehen, oder nicht? Ja, du hast jetzt aber ausgewählt, tötet die Sklaven gerade eben. Hä? Nee. Bei mir ja. Die Gnome nicht leiden lassen, ausgewählt. Und jetzt, die absolute demand, dass ich sie kenne. Thrym, kauf out his heart and serve it to the Rothae. If he indeed is a true soul, let the absolute save him. Euer Stichwort, Britwar, Zeit für eure Bezahlung. Hm. Nee, oder? Britwar holen wir nicht, oder? Ja, Britwar ist der, äh, der Händler. Ja, aber den holen wir nicht, ne? Ja, wagt es nicht, mich anzurühren, sonst reiß ich euch in Stücke, oder? Joa, mach mal. Oder nichts sagen. Hm. Manchmal ist schweigen Platin, weißt du? Mir egal. The absolute guides my hand. You've chosen a battle you cannot win. Shut your shitholes, both of you. You owe my crew a ten days worth of coin near. And it's time you shell out. Direct your blade at the heretic Dwergar. You shall have your coin. You're damned right, I'll have it. Me and that one? We got a girl. We beat your arse and dig the juice out from your carcass. You bargained with this French. Nice. How vexing. Near is not without mercy, Crusoe. Ups. The rat has given you a chance to earn my favor. Ach, jetzt braucht er Hilfe. Strike him down. Prove your faith. Dich auf Nils Seite schlagen, dich auf Seiten von Britwar und den Rebellen schlagen. Nichts tun. Okay. Carlach ist nicht einverstanden. Oh, oh. Wir gucken erst mal, wie doll der ist, oder? Shit. Der ist Stufe 5. Wo ist er denn? Da hinten. Aber 78 ist jetzt nicht... Oh, geht, ne? Das ist nicht tot. Ja, geht. Ja, geht. Die kriegen sich auch untereinander. Ist okay. Jetzt hat er ein Schutzschild. Ey. Achso. Ja, den kannst du angreifen. Alles okay. Okay. Jetzt geheilt der Affe. Ach, hör auf. Naja, ein bisschen. Schild der Schreiner. Untersuchen. Zeig mal her. Ach, so kann man endlich auch die Sachen machen. Rüstungsklasse erhöht. Angreifer allein 2 bis 12 physischen Schaden, wenn sie mir mit einem Nahkampfangriff treffen. Also nicht Nahkampf machen. Hast gehört, ja? Kein Nahkampf? Kein Nahkampf. Aber ich muss... Aber ich muss... Ja. Wah-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Ach da... Wofür zu seiner Heilung hier gerade endet? Na, gleich haben wir ihn. Der hat nur sieben. Ja, ich kann aber leider nichts machen derzeitig. Wobei... Geht das noch? Ne, sie hat es nicht. Okay, sie muss zur Seite. Das war's. Ne, ne, der ist auf dem anderen drauf. Ach, die Kommandantin ist auch dann gegen ihn. Der Älteste ist dann auf unserer Seite. Okay. Alter. So. Und... Tschüss. Das war schon mal wichtig, dass der tot ist. Und tschüss. Oh, doch nicht. Oh nein, Dana ist tot. Ach, du mein Gott. Ach, ein bisschen Schwund ist es aber. Genau. Wir wollten den Kampf nicht. Fehlschlag. Top. So, haben wir überhaupt noch Gegner? Ja, da... Hä? Da oben der, ne? Wo? Ach, der da oben. Drängeln sie sich ja alle. Ist er tot? Wo ist denn hier noch ein Gegner? Ach, da hinten. Ja, das war's, würde ich mal sagen. Was? Was hast du jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Das ist auch jetzt schlecht. Ich habe nichts gemacht. Ja, anscheinend ja schon. Warum kämpfen wir denn jetzt gegen die Gnomes? Schaffen wir doch nicht. Guck mal, wie stark die sind. Ich habe nichts gemacht. Angeblich. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Vielleicht zur Not haben wir immer noch Lubs Kriegshorn. Ja, ähm... Verste... Ich bin mir nicht so richtig und was so richtig ist, was wir hier tun. Also, dass wir alle killen... naja Sklave, äh, Dings hier also, ist alles Nein, Januar Aua Hast du den jetzt um 22 geheilt? Nee, nee Wollte grad sagen Hat er sich vaporisiert? Ein vaporizer Tolle Wolle Ey, Arschloch Der hat mich gekillt Der hat uns fast alle gekillt Wie stark ist er denn, bitte? Scheibenkleister Kann ja nicht sein Alter Ja, das macht es jetzt ein bisschen komplizierter Ja Okay Äh Äh Danke Bitte So Kann ich doch irgendwas machen? Oh nee Ja Ja Ich glaube, ich gehe mal ins Inventory und droppe mir mal einen richtig mächtigen Heilungstrang. Nicht, dass der wieder so einen Angriff macht. Ja, gut. Nee, hat er nicht. Oh, aber fast das Gleiche. Okay. Die Steinwächterin ist doch böse. Ich versuche, ihn von dir wegzukriegen dort. Sehr gut. Und ich versuche mit Schattenherz versuche ich, den dann nachher runter zu schubsen in die Lava rein. So, das heißt, er kriegt jetzt hier meine volle Aufmerksamkeit. Mehr kann ich leider nicht schießen. So. Und jetzt drück die Daumen. Achtung. Ist hier noch jemand? Ja. Der Steinwächter Kur, der verbrennt gerade unten. Also wenn er sich nicht raus teleportiert kriegt, ist er tot. Na dann. Der liegt da unten in der Lava gerade drin. Wir können so was von krass alles verkaufen, ey. Wir werden rich kids. Ich schwör, Maschallah. Schwieriges Gelände Lava. Schmelzen. Ja. Was sagst du dazu, Steinwächter? Die wollten uns alle umbringen hier. Gut. Wir haben so was von gewonnen. Aber wir können... Aber haben wir wirklich gewonnen? Na gut, wir haben die Sklaven quasi entsklavisigniert, oder? Können wir jetzt mit denen sprechen? Theoretisch haben wir die Sklaven jetzt alle befreit. Ich hab Dialog. Was? Achso. Oh, nicht, dass es an dem Dings liegt. Achso, du hast Dialog gerade. Okay. Ja, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Okay, weiter. Ja. Did he listen? Warte mal. Ähm. Ruht euch hier in meinem Lager aus. Das sieht doch erstmal gut aus. Warte mal hier. Nee. Nee, nee. Ich will den nicht manipulieren. Du sollst ja bloß wissen, was er macht. Oder denkt. Muss da Gedanken wahrnehmen. Okay. Okay. Was, wisst ihr, was die Eisenhandgnome hier unten gemacht haben? Achso, was glaubt ihr, was passiert, wenn die Eisenhandgnome... Ähm, das ist, was glaubt ihr, was glaubt ihr, was die Rune powder? Eigentlich, nicht auf das Wort. Die kleineren sind, die besser. Keine Ahnung muss auf diese Sachen. Nicht Wolverine, und besonders nicht die Eisenhandgekalken. Nein. Lol. Okay Ciao Tja. Tja. Ich war zweitens unglücklich. Die Werte, die wieder zu passieren sind sehr schlimmer. Dann wieder. Ein kleiner Rest könnte prudent sein. Gib mir Zeit, zu denken. Hm. Hm. Ha, ha. Fine. Show mir, wo zu gehen, und ich versuche mein Glück. Ich habe eine bessere Chance, zu rescuen Walbrin, und mein Bestes. Ich habe das Gefühl, Baldur's Gate 3 könnte das Spiel des Jahres werden. Wegen der Komplexität. Ja, generell so. Ich meine, die Charaktergrafiken sehen auch fantastisch aus, zum Beispiel. So, ich habe für dich eine Maske. Die gebe ich mal deiner Dingsbums da drüben. Hat sie jetzt hier drinnen? In ihrem Inventar? Okay. Ich muss auch dringend verkaufen gehen. Ja. Wir haben ja echt schon gut Gold angesammelt. Ich habe jetzt... Ich alleine habe ja schon über... ...2600 knapp. Du hast auch noch mal 1800, also wir haben echt gut Kohle. ... ... ... ... ... ja haben wir schon ein bisschen geschafft hier oder ja jetzt sind jetzt im prinzip ich würde mal sagen immer lager weil wir sind fast tot ich gehe schon mal so parallel will ich kurz gucken auch keiner der quatschen will hier ich hier ist ein händler oh yo oh scheiße was dialog mist der zwerg ist hier ja kann ich weitermachen ja ja ich bin drin keine ursache wir schaffen das vor allem wenn er dann als händler bei uns bleibt ist das natürlich geil ne frage ich es wann er immer ein riesstock hat das ist sehr gut von euch danke es gibt noch etwas was ihr müsst wissen etwas was ich nicht mehr ignorieren kann Rune powder weißt du was es ist until very recently i thought Rune powder was a myth a substance so powerful it could fell a city a nation the iron hand gnomes have proven the impossible Rune powder is real and they have it in their possession destruction the only thing it's good for a destruction of what well i'm hoping wolbrin will be able to tell us i shouldn't have let him drift away shouldn't have let that lot get their claws into him now more than ever i need to find him we need to find him he's the only one i might be able to speak to sensibly i haven't been there myself the area around it is well cursed terrifyingly so i did hear something interesting though there are shades that plague the path to the towers shades that fear they are not steel right duergar who mentioned it sounded truly traumatized it's almost amusing ja eins i'd kiss you but neither of us deserve that thank you ach komm egal ich küsse ich küsse ihn was anderes äh äh das alchemist ich denke ich wäre sehr, sehr, sehr schade dann, nach einem Zeitpunkt ich würde mich finden, wer ihn zu töten und eine Schmerz-Bomb in ihre Schmerzen okay chill mal seid ihr alchemist ach 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 h connecting ach 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 okay okay doch kein händler schade 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 ja warte mal ich spreche sie noch mal an thank you for green to find wolbrin ja scheiße naja gut aber wir müssen definitiv zu einem händler weil ich platze aus allen nähten dann lasst uns erst mal schlafen und dann gucken wir wo wir hin teleportieren ich meine wir hätten sowieso aufräumen müssen hier weil wir hatten ja gesagt dass wir der der tante da war war das schon händler an die ist der gnome alles gut vergiss es so einmal raus hier ne so fühlt sich jetzt hier jemand hier stört jetzt ist ja gar keiner mehr hier gesundheit das war keine ahnung ich mach jetzt erst mal gerade die kiste auf kleinen moment oh gold pilzeintopf hier ist die sklavenliste auf alle fälle ist das jetzt nichts mehr mit klauen ne hier ist ne teufelsfolienmaske arkane kunde fehlgeschlagen ja also nochmal wo sollen wir jetzt kram verkaufen warte mal wir haben doch hier haben wir einen teleport ne ja in der schmiede haben wir einen teleport besiege die dürger eindringende tötet die dürger am see das fehlt uns noch öffne die tür am see sind wir einfach losgegangen wir haben hier einen teleporter moment händler händler haben wir wo oh gott wo hatten wir denn händler ich glaube wir müssen so oder so hier erstmal raus so das ist das unterreich können wir umgebungsbarackteilen da wären händler wo war noch der andere händler ich überlege gerade ganz ganz krampfhaft ich teleportiere mich schon mal und wohin zum markteilen hattest du gesagt das tor ist noch nicht geladen ist offen bei mir ah jetzt lädt es also was händler angeht ist das spiel echt sehr dünn besiedelt ja finde ich auch vor allem der hat ja auch einfach maxi obwohl er hat ein bisschen cola am start ja dann verbraucherlich alle kohle wird auch nicht passieren weil ich nicht genug habe leider gibt es keinen direkten vergleich von von stiefeln und irgendwie weiß der geiler was alles ne 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 Ich habe keine Ahnung warum ich Bilder in meinem Inventar habe. Hast du die mitgenommen? Die haben wir verkauft jetzt. Ich kaufe mal wieder Heiltränke ohne Ende. Wir sollten sie haben. So einmal die Charakter wechseln. Oh, vom Block ist er mal wieder auf hier. So mein Freund. Jetzt hat er noch 60 übrig. Kann ich dir irgendwas kaufen, um da wieder... Also alles was... Ich würde glaube ich den Feuerball kaufen. Dann... Ich nehme mal den Eissturm mit. Dann... Oh, das ist ja ein geiler Hut. Hast du einen geilen Hut, ja? Ja, aber hilfst mir nichts, ich bin ja kein Barde. Das interessiert uns auch nicht. Gegrillter Trutharn. Ja komm. Jetzt hat er wieder ein bisschen Kohle und ich habe Gegenstände, du darfst. Ja warte, ich bin gleich da. Währenddessen rüsste ich mal meine Charaktere wieder aus. So, ok. Dann machen wir noch eine reine. Nach dem Inventarmanagement ist er noch, ich denke mal, EVE hat es am Feierabend. Jo. Natürlich. So, 600 hat er, ok. Theoretisch könntest du wahrscheinlich diese Teufelsfolienmaske mal untersuchen, die ich hier habe. Die wirkt nicht sehr vertrauenswürdig. Okay. Nö, macht aber nix. Also ich hätte einige magische Gegenstände mal wieder. Ja, aber ich habe auch noch genug Shit. Okay, dann verkaufe ich den. I don't need something. Okay. Okay. Jetzt wird damit auch ausgestattet. Und selbe Rüstung. Oh, da ist ein Ringpanzer Rüstung. Weißt du dir die gekauft? Nee, ich brauche keine Rüstung sonst von dem. Okay. 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 Ja. Ja. Ich bin am gucken hier. Okay. Händler Rüstung Schuppenpanzer. Nee. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung. Rüstungsklasse. Okay. 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 Kettenhemd plus zwei. Gleichgewichtsbonus. Aber der Initiative fehlt. Aber der Initiative fehlt danach. Er ist nicht so schön. Nee. Das ist die identische. Ja. Das ist die identische. Und das ist irgendwas anderes. Dann gibt es ein paar Mützen. Magische Kappe habe ich bis jetzt noch nicht so richtig für meinen Charakter gefunden. Manchmal ist das gefühlt auch dann, äh, schwieriger. So. Ähm. Was hatte sie? Sie hatte den Justitiar her. Okay. Cool. Dann kann man das verkaufen. What shall we do? Was ist dann weg? Hm. Aber hier ist noch ein... So. Hust, Hust. Ähm. Dann hätten wir das auch. Ich bin gleich fertig. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Nicht perfekt, aber gut. Das ist super. Verbrauch brauchen wir nicht aktuell. Bücher auch nicht. Wobei ich ein paar Bücher rumtrage. Die muss ich wahrscheinlich noch lesen. May you keep balance. So. Dann, äh, warte mal. Ich gebe dir mal die Maske. Du könntest mal gucken, ob du die irgendwie analysieren kannst. Nee. Habe ich ja schon gerade gesagt. Das geht nicht. Achso. Du kannst die Maske nicht analysieren, die ich jetzt hier hatte, ja? Ich habe sie dir jetzt mal gegeben gerade. Nee. Ich kann sie untersuchen, aber dann passiert nichts. Okay. Vielleicht muss man die wieder aufsetzen. Ah. Ja. Hat auch nichts gebracht. Okay. Nö. Okay. Gut. So, jetzt haben wir uns entledigt. Wollen wir sicherheitshalber erstmal wieder, äh, äh, zum Feierabend dann zum Dings teleportieren? Zum Unterreich? Was war denn das? Ähm. Oh. Nee, die Kolonie war es nicht. Kommt man da überhaupt noch hin? Die Grüm-Schmiede war das, ne? Nee. Doch? Nee. Doch. Schön war es hier. Ja, die Grüm-Schmiede. Passt schon. Hier haben wir nämlich dann die Quest. Wir sind vorhin mit dem Schiff einfach dran vorbeigelaufen und mit dem Schiff gefahren und hätten da uns aber auch noch durchschlagen müssen mit dem Typen. So weit, so gut. Außerdem haben wir hier noch was zum, zum Analysieren und Gucken und Machen und Tun, ne? Fürs nächste Mal. Yes. Genau. Deswegen hier an der Stelle ist Feierabend für uns beiden kranken Spatzen hier. Und, äh, ja. Wir sehen uns bei mir dann voraussichtlich morgen wieder. Ich winke in die Runde. Genau. Wink, wink. Und, äh, vielen Dank. Schlaf gut. Schönen Mittwoch. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.